hallo willkommen zu einem weiteren video hier geht es um ein haus mit viereinhalb hektar ich habe schon mal ein video gemacht auf deutsch aber diesmal habe ich drone aufnahmen also so dass man es von oben sieht wie schön es aussieht wie viele bäume sind es sind hier viele obst bäume und ein großes haus ich zeige es das haus und dann die drone aufnahmen und am ende dieses videos kann man klick in einer ecke machen dann sieht man das andere video wo ich mehr aufgenommen habe als hier also von den bäumen die früchte und so weiter also obst und so schauen sie sich das bis zu ende an und am ende können sie sich noch ein video von hier anschauen also hier ist das tor zum reinfahren da sind einige mango bäume und hier ist genug schatten und jetzt werde ich schnell ins haus gehen dass man sieht wie es aussieht also sind drei schlafzimmer und ein badezimmer also hier ist ein raum am eingang dann gibt es hier noch ein raum hier dann ist hier der flur mit drei schlafzimmern hier ist eins dann hier ist noch eins das badezimmer nicht so modern und hier noch ein schlafzimmer also drei schlafzimmer plus zwei zimmer am anfang und es gibt noch eine kleine küche die ist nicht so schön zu zeigen schauen sie sich jetzt die drone aufnahmen es gibt viereinhalb hektar und ganz am ende sehen sie mehr von den obstbäumen ich danke Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020